Verena hier mit begrüßen. Ganz liebes Hallo, Verena. Schön, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir und dann starte ich, dass ich dann auch mit meiner Bildschirmfreigabe beginne, weil, wie gesagt, es soll kurz über Root, über die Root-Produkte gehen, damit man sich schon einen groben Blick machen kann. Und wer mit Root vertraut ist, weiß, es gäbe so viel zum Sagen, aber wir werden uns ganz, ganz kurz fassen, weil wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Sprecher, die da auch Wesentliches mit beitragen kann. Verena, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir hier einfach der Community einen schönen Überblick geben können. Ja, danke, Steffi und ein herzliches Hallo an alle aus der... Hör ich die Verena nur nicht? Nein, Verena ist stumpf, aber ich höre sie nicht. Also mein Mikro ist frei. Nein, ich... Mikro ist freigeschöpftet. Okay, Sie hören sie. Okay, ihr hört sie, super. Ich kann sie komischerweise nicht hören. Passt. Dann redet du einfach und gib mir den Daumen hoch. Oder ich... Ich fühle sie stumm. Mikro. Wir rennen den Mikro aus. Es war vorhin an. Können mich jetzt alle wieder hören? Gut, alles klar. Dann fangen wir nochmal an. Entschuldigung für die technischen Stolpersteine am Anfang. Also nochmal von mir ein herzliches Hallo aus der Region von Bonn, wo ich wohne. Ich freue mich sehr, dass ich heute euch zusammen mit der Steffi die fantastischen... Es war vorhin an. Können wir uns... von Rot vorstellen darf? Alles klar? Ja, gut. Okay, machen wir einfach weiter. Genau. Und die Steffi und ich, wir haben uns das so aufgeteilt, dass wir jeder ein paar Produkte vorstellen. Zu mir ganz kurz. Ich bin gelernte Betriebswirtin, bin aufgrund einer Parkinson-Erkrankung meiner Mutter auf das Thema Entgiften gestoßen. Und ich kann euch nur sagen, ich wünschte, ich hätte die Rotprodukte früher zur Verfügung gehabt. Wir hätten uns sehr viel Leid ersparen können. aber es gibt sie erst seit knapp drei Jahren und seit drei Jahren bin ich aber auch mit voller Begeisterung dabei und freue mich, dass wir heute ganz viele Zuhörer haben, die sich für diese Produkte interessieren. Steffi. Stumpser. Ihr Lieben, lasst uns starten, lasst uns loslegen und ja, dieser heutige Nachmittag, es geht um dich und auch die Rootprodukte in sich, es geht um dich, es geht um deine Vitalität, es geht darum, wirklich Großartiges zu erschaffen. Und ich, die ein oder andere Information, die wir hier mitnehmen, die du mitnehmen kannst, nimm dir die Rosinen raus, die für dich passen, die mit dir resonieren, wo du dich wohlfühlst. Die ein oder andere Information mag vielleicht in der ersten Instanz so, ich nehme es mal auf und verarbeite es dann. Aber wie gesagt, es geht wirklich hier um dich. Wir kommen nicht drum herum, aber ich lese ihn ganz kurz durch, den medizinischen Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen dienen der Aufklärung und sind nicht als medizinischer Rat oder Ersatz eines solchen Gedachten. Es ist nicht unser Ziel, Krankheiten oder Leiden zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Bei gesundheitlichen Problemen, wenn wir dich bitte an einen Arzt oder an eine qualifizierte Fachkraft, um Rat oder Informationen über Diagnose und Behandlung zu erhalten. Die Root-Produkte unterstützen die körpereigenen Selbstheilungskräfte langfristig. Root kann jedoch keine Garantie geben, wie die Produkte in deinem Körper wirken. Weder Root noch wir machen irgendwelche Heilaussagen. Wir haben die Informationen hier in der Präsentation nach bestem Wissen und Verständnis zusammengestellt. Wir sind aber weder Ärzte noch Heilpraktiker noch Wissenschaftler. Das ist einfach mal ein Muss und lasst es auch an dieser Stelle genauso stehen. Darf ich euch Root vorstellen? Wer ist Root? Wer steckt dahinter? Root ist ein junges Unternehmen und ich habe es gerade angesprochen, im Februar des Jahres 2020 und genauer gesagt am 2. Februar 2020 ging Root erstmalig an den Markt. Es ist ein Unternehmen aus Nashville in Tennessee und wer sich so ein bisschen damit auskennt, auch wie gerade schon im Chat auch erwähnt wurde, ja, die Musik hat dazu gepasst. Root ist natürlich, nicht Root, aber Nashville ist bekannt für seine Musik, wirklich ein essentieller Bestandteil in der Musikindustrie. Wer was dort reisen möchte, der startet unter anderem in Nashville, aber Nashville ist auch ein Zentrum für das Gesundheit, für die Gesundheitsindustrie, ganz wesentlich, ganz essentiell und wird immer größer, also auch dort ein Dreh- und Wendepunkt. Und Dr. Christina Rahm und Clayton Thomas sind die Personen hinter den Root-Produkten, hinter der Firma, hinter dem Konzept und ich sage es mal so schön, Dr. Christina Rahm ist ja, ist die Wissenschaftlerin hinter den Root-Produkten, aber sie ist auch die gute Seele, die da genau ihren Spirit mit hineinlegt. Und Clayton Thomas, der Gründer, aber auch wirklich das Genie hinter dem Root-Konzept. Und wer dort schon ein bisschen näher eingetaucht ist, der weiß, auch hier ist etwas ganz, ganz Besonderes, Neuartiges entstanden. Wenn es um das Unternehmenskonzept gibt, dem lege ich wärmstens an die Hand, den morgigen Tag auch nicht zu verpassen. Es geht um Business am morgigen Sonntag, ebenfalls wieder um 13 Uhr. Wenn wir, wenn ich an Dr. Christina Rahm, an Root denke, natürlich auch an Clayton Thomas, die Philosophie hinter Root, und das hat auch mit der Geschichte von Dr. Christina Rahm, von ihrem Werdegang zu tun. Es geht um Cure the Cause. Das heißt, beseitige die Ursache. Dr. Christina Rahm hat einen Werdegang, sie kommt aus der Pharmaindustrie. Sie hat dort viele, viele Jahre an unterschiedlichsten Produkten, Medikationen mitgeforscht im Forschungsbereich, aber sie hat natürlich auch selbstständig eine gesundheitliche Reise hinter sich. Und ich lade jedem da ein, auch dort tiefer mal rein, weil es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wer das so ein bisschen versteht, der spürt, der merkt es dann auch, spüren und fühlen. Aber wir sehen es selber, wer auch die Gesundheitsindustrie, beziehungsweise wer die Menschheit so ein bisschen verfolgt, gerade so in den letzten 20 Jahren, wir merken es, gesundheitliche Herausforderungen nehmen unglaublich zu. Es kommen immer wieder neue Krankheitsbilder, beziehungsweise auch, wer sich umschaut, man merkt, boah, der Mensch ist sehr, sehr stark. Ja, er wird richtig gebeutelt. Und Dr. Christina Rahm hat sich einmal dann die Frage gestellt, hey, ich forsche die ganze Zeit hier an Medikationen, um Krankheiten entgegenzuwirken, um die Symptome quasi zu reduzieren. Aber warum stellt sich keiner in meinem Arbeitsumfeld die Frage, warum kommt es so weit? Ja, warum sind so viele gesundheitliche Herausforderungen, oder Menschen mit so vielen gesundheitlichen Herausforderungen gebeutelt? Und auch hier, das Genie Clayton Thomas und ihr Wissen, ihre Expertise, aber auch ihre Intuition und das Gefühl hat, wir merken, es ist, ja, wir müssen tiefer schauen. Wir müssen nicht nur oben auf die Oberfläche schauen, das, was wir sehen, sondern nach unten gehen, cure the cause sozusagen. Das heißt, was ist die Ursache all dem Ganzen? Und darum geht es. Und letztendlich, hopps, jetzt bin ich ja ein bisschen weit. Genau. Und damit es besteht auch die Möglichkeit, um Großartigkeit zu schaffen, weil das ist die Vision hinter Ruth auch, wieder die Großartigkeit ins Bild zu bringen. Create greatness, im Englischen so schön gesagt. und auch dieses, das Bild fand ich einfach so passend da dazu, das zeigt so diese Großartigkeit. Wenn es, wenn wir darum, wenn es darum geht, Großartigkeit, es geht um Balance in all unseren Tun und Dasein im Leben. Wenn wir auf zellulärer Ebene schauen, aber vielleicht ist das oftmals nicht so das Sichtbare, aber wenn wir über Balance, wir können es in so viele Bereiche, unseres Seins im Leben widerspiegeln. Tag-Nacht-Rhythmus, Jahreszyklus. Ja, es ist immer eine Balance dort und genau das braucht auch unser Körper. Es braucht diese gewisse Balance und wenn diese Balance aus der, aus der Balance quasi gerät, dann kann es eben dazu kommen, ja, dass Ungleichgewichte wiederum zu gesundheitlichen Herausforderungen kommen. Und ich weiß schon so ein bisschen im Hintergrund, weil ich natürlich die Teilnehmer auch heute kenne. Matthias Zebola, er wird über Regulationsmedizin sprechen. Ja, da geht es genau darum, um Balance herzustellen, aber auch im Ärzte- und Heilpraktiker-Panel dann ab 16.30 Uhr werden Genausprecher auch diesen Punkt sicherlich mit anreißen. Also bleibt auf alle Fälle dabei. Balance im Kleinen wie im Großen, das geht es, darum geht es in unserem Leben. Aber auch es geht um Kommunikation. Wir Menschen sind kommunikative Wesen, das heißt, die letzten drei Jahre haben wir es gemerkt, wir müssen einfach miteinander kommunizieren. Wenn wir nicht miteinander kommunizieren, können Missverständnisse aufkommen. Wir sagen auch immer so schön, sprechenden Menschen kann geholfen werden, passiert. Aber das können wir auch auf zellulärer Ebene genauso übertragen. wenn Zellen miteinander nicht kommunizieren können, Informationen austauschen können, können Missverständnisse auftauchen. Und das ist es auch auf körperlicher Ebene. Und diese Großartigkeit in unserer gesamten Natur, und da könnte ich jetzt sehr, sehr lange drüber reden, ich möchte es aber nur ganz kurz halten. Wenn wir mal unter dem Boden schauen, dieses ganze Wurzelwerk, das Mycelium, es kommuniziert alles miteinander. Es werden Informationen ausgetauscht, es werden Nährstoffe ausgetauscht. Und das übertragen auf unser Wunderwerk Mensch, auf unseren Körper, darum geht es. Das heißt, es geht darum, da greift Ruth an, wenn es darum geht, gehe, beseitige die Ursachen, stelle Balance her, stelle Kommunikation wieder her zwischen den Zellen, um eben diese Großverhältigkeit, um unser Potenzial wieder zu schaffen. Und ich möchte ganz kurz eine Analogie noch mit anreißen, weil es ist oftmals verständlicher, wenn wir uns mal so Bilder anschauen, wenn wir uns das Gärtnern angucken, wir alle schauen, wenn wir einen Samen sehen, wenn ein Pflänzchen wächst, wir schauen, dass der Nährboden passt. Der Nährboden, dass das Mikrobiom, quasi die Bewohner im Boden ein optimales Feld haben, ein optimales Milieu haben, wir schauen, dass es Pflänzchenliebe bekommt, das ist Wasser, das ist Sonne und alles bekommt, wenn das passt, dann kann aus der Pflanze wirklich Großartiges entstehen. Und nur wenn der Nährboden, wenn wir uns als Mensch, wenn wir unseren Nährboden auch pflegen und hegen, dann können unsere Früchte, das was wir tun, das was wir denken, das einfach auch in die Großartigkeit gehen. Und wenn es hier um Mikrobiomen geht, wenn ich gerade davon gesprochen habe, Dr. Maria Volk wird da ihren Schwerpunkt drauflegen. Also es ist alles miteinander verbunden. Und wenn ich sage, ein optimales Mikrobiom herstellen, das heißt in unserer Körper, der ist sehr vielen Herausforderungen ausgesetzt. Und hier nur ein ganz kurzer Überblick. Und wir wissen es alle, das was wir essen, die Luft, die wir einatmen, das Wasser, das wir zu uns nehmen, sein. Es ist belastet. Und ich denke mal, jeder kann hier mit einem dieser Fotos auch sehr viel assoziieren. Glyphosat, ein ganz großes Thema, Herbizide, Pestizide, Stress, ein ganz großer Faktor, auch der verursacht Toxine in unserem Körper. Ich sage mal so schön, die Artwork, oben, die Wunderwerke am Himmel, nein, auch das sind Belastungen für unseren Körper. 5G, die Nahrung, Schimmelpilze, wir werden sicherlich viele, viele dieser Punkte heute in unterschiedlicher Weise davon immer wieder zu hören bekommen. Und jetzt möchte ich jeden der Zuschauer da draußen animieren, schaut euch mal diese Punkte an. Schaut mal, wer kann sich mit einem oder dem anderen identifizieren? Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Verstopfung auf körperlicher Ebene sind alles Anzeichen für eine toxische Belastung. Ich kann keine Hand gerade sehen, aber wer fühlt sich damit, sagt, ja, weiß ich, habe ich meine Herausforderungen damit? Oder auch auf mentaler Ebene, wer fühlt sich angesprochen? Gehirnnebel, Gefühl der Überforderung, Erschöpfung, emotionale Erschöpfung, auch Angst, ja, können alles, sind alles Anzeichen, dass dort eine Belastung des Körpers, beziehungsweise wir sind ein multidimensionales Wesen, ja, auch die Belastung natürlich unseres, unseres Seins einfach ist. und wenn ich gerade davon gesprochen habe, von den Toxinen, Toxine verbrauchen einfach Energie, sie verbrauchen und sind eine Form Trauma für unser Körper. Und wenn wir genau dieses Trauma einfach, ja, wenn dieses Trauma einfach da ist, kann unsere Seele sich einfach auch nicht voll entfalten in unserem Körper. und wir sehen es, wenn, und das haben die auch die letzten drei Jahre so wunderbar gezeigt, wenn wir die Toxine aus dem Körper sukzessive und ganz sanft entfernen, dann entsteht wieder, dann kommt wieder Leben in den Körper zurück, es kommt wieder Energie zurück, ja, der EQ kann steigen, der Stoffwechsel kann steigen, sodass auch wieder mehr Bewusstsein, mehr Kreativität zurückkehrt. In Summe, es kommt wieder mehr Energie einfach in diesen Körper. und ich mache es jetzt auch ganz, gehe mal ganz schnell hier weiter, das heißt, lasst uns diese Stressoren, wie man so schön sagt, diese Stressoren auf unterschiedlichen Ebenen einfach entdecken, das Bewusstsein dafür schärfen und Lösungen anbieten. Genau dann kommt nämlich diese Kreativität, kann sie wieder zum Vorschein kommen. Dann können wir aber auch die Schäden reparieren, um in diese, in dieses, in diese Magie, die einfach unser Körper auch hat, dass er den ausschöpfen kann. Und zwar ist es die Regenerationskraft, weil das ist es. Unser Körper hat wunderbare körpereigene Regenerationskräfte, wenn er auch die Möglichkeit hat, sich genau dieser Großartigkeit zu entfalten. Und Dr. Christina Rahm sagt immer so wunderbar, unser Körper, ich muss mal ganz kurz hier was verschieben, ist das einzigste Haus, in dem wir ein Leben lang leben. Also schützen wir es, achten wir da drauf, nähren wir es und ja, fügen dem genauso viel Liebe und Aufmerksamkeit zu, wie wir es eigentlich für unseren Haushalt tun. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt wirklich überleiten noch zu Verena. Verena, die Root-Produkte. startet. Jawohl, sehr gerne, ihr Lieben. Ich möchte natürlich mit dem allerwichtigsten Produkt von Root anfangen. Steffi darf die Folie gerade mal zeigen. Das ist das Clean Slate. Das Clean Slate ist der Bestseller bei Root. Es ist wirklich ein Produkt, das einen Paradigmenwechsel eingeläutet hat in der Beseitigung von Umweltgiften aus unserem Körper und es sollte auch immer das Produkt sein, mit dem wir starten. Und zwar zum Namen Clean Slate. Es bedeutet im übertragenen Sinne einen reinen Tisch machen und das ist wirklich das, wofür dieses Produkt steht. Es ermöglicht uns durch die Entfernung der Giftstoffe eine Art Reset in unserem Körper zu machen, damit danach der Körper wieder in das Gleichgewicht kommt und auch die guten Nährstoffe, die wir ihm in Form von unseren Lebensmitteln, aber auch vielleicht in Form der anderen Nahrungsergänzungsmittel von Root zufügen, dass der Körper die überhaupt wieder optimal nutzen kann. Denn vorher, solange wir so vergiftet sind und das wird der Matthias Segula nachher noch genauer erklären, solange können wir überhaupt nur einen Teil der guten Nährstoffe aufnehmen. Deshalb, wie gesagt, immer mit dem Clean Slate starten. Es ermöglicht wirklich eine sanfte, sichere, systemische, passive Reinigung aller Organe, aller unserer Zellen und das von Kopf bis Fuß. Und ich kann das auch heute so selbstbewusst sagen, denn ich arbeite mit vielen Therapeuten zusammen, die mir das wirklich bestätigen. Es war noch nie so einfach, den Müll aus seinem Körper zu entfernen, wie mit dem Clean Slate. Vorher hat man viele verschiedene Produkte nehmen müssen, wenn man zum Beispiel Schwermetalle im Körper hatte, Glyphosat im Körper hatte und noch vielleicht irgendwelche Schimmelpilzsporen. Heute können wir das alles mit dem Clean Slate binden und aus unserem Körper rausbringen. Deshalb rede ich gern von einem All-in-One-Produkt, was es für Patienten und auch Therapeuten leichter macht. Genau, Steffi, ich glaube, die nächste Folie. Woraus werden diese Clean Slate Tropfen hergestellt? Die Basis ist ein natürliches Vulkangestein, Zeolit, genauer gesagt Cleanoptilolit, Zeolit. Das gibt es schon seit 30 Jahren oder wird schon seit 30 Jahren in der Alternativmedizin zur Beseitigung von Umweltgiften zwar verwendet, aber RUT hat es geschafft mit einem patentierten Herstellungsprozess etwas viel Großartigeres als herkömmliche Zeolitprodukte zu schaffen. Nicht nur, dass Sie dieses Vulkangestein entsprechend aufbereiten und in flüssige Form bringen, das war ein wichtiger Schritt, aber vor allen Dingen hat Frau Dr. Rahm mit ihrem großen Know-how Vitamin C hinzugefügt. Dadurch werden die Tropfen zellmembrangängig, das heißt, Sie können überall im Körper die Giftstoffe einsammeln, Sie reinigen den intrazellulären Raum, das Bindegewebe, alles in jedem Winkel und in jeder Ecke eures Körpers. Ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Kehrmaschine, die so von oben bis unten jeden Tag ganz gleichmäßig und vor allen Dingen sanft den ganzen Müll aus dem Körper rausfegt. Und ja, ich glaube, Steffi, es geht weiter. Wie genau funktioniert denn das? Wie kann das Clean Slate so viele unterschiedliche Giftstoffe überhaupt binden? Das Vulkangestein Zeolit hat eine Gitterstruktur. Das ist also ein Silikat, was so die Giftstoffe anziehen kann durch einen Kationen Austausch. Ihr müsst euch also vorstellen, das Vulkangestein hat eine negative Ladung und zieht die Schwermetalle und anderen Giftstoffe an wie ein Magnet und gibt dann gleichzeitig die guten Mineralstoffe, die von Natur aus in diesem Vulkangestein enthalten sind, ab. Also Calcium, Magnesium, Kalium wird abgegeben, die Giftstoffe gebunden und dann so sicher in diesem ja, Art Molekularsieb eingeschlossen und sanft und sicher so aus dem Körper austransportiert, dass eben weder die Leber noch die Niere belastet werden. Ihr könnt vergessen, wenn ihr schon mal euch mit Entgiftung befasst habt, Phase 1, Phase 2, alles nicht wichtig, Clean Slate macht das sanft und räumt es aus dem Körper raus, vorwiegend über Urin, etwas über Stuhl und Schweiß und die Haut. Genau, und das Tolle ist, dass das Clean Slate dadurch chronische Entzündung reduziert und dann können Menschen tatsächlich diese Dinge erfahren, die hier gelistet sind. Die Liste ist noch durchaus wesentlich länger, aber ganz wichtig ist mir, mehr Energie verspüren ganz viele Menschen, sie haben wieder einen klaren Kopf, können auch wieder einfach voller Tatkraft das Leben angehen, oft hören wir Schmerzreduktion, das Gewicht reguliert sich nach mehreren Monaten sehr, sehr häufig und vor allen Dingen werden eben diese stillen Entzündungen reduziert und die Zirbeldrüse entkalkt. Aber gut Ding will Weile haben, den Spruch kennt ihr alle, ihr müsst natürlich dem Clean Slate auch mehrere Monate Zeit geben, damit es einfach all das binden und austransportieren kann, was sich über viele Jahre in eurem Körper angesammelt hat. Genau, und heutzutage kommen auch schon Kinder belastet auf die Welt, also insofern, ihr könnt alle davon profitieren. Gut, die Steffi, die ist ganz flott, wir müssen auch auf die Uhr gucken, Zero in unsere goldenen Glückskapseln, sie sind ein Produkt, was sehr viele von uns wirklich in unseren Alltag auch so gerne integrieren, morgens eine Kapsel einwerfen und euer Körper fängt an, mehr Dopamin und Serotonin zu produzieren, unser Antriebs- und Glückshormon und dadurch werden wir beschenkt mit mehr Energie, aber vor allen Dingen auch mehr Fokus, aber gleichzeitig Gelassenheit, also körperliche, geistige Leistungssteigerung, gleichzeitig Entspannung und das ist so wunderbar und das können wir in diesem Bild so schön ausdrücken. Wir kommen in eine Balance auch wieder, die uns einfach effektiver und glücklicher werden lässt und ich möchte gerade hier auch noch ganz kurz erwähnen, auch ein ganz wichtiges Produkt für alle Kinder mit Lernschwierigkeiten oder aus dem autistischen Spektrum, da haben wir ganz tolle Erfahrungsberichte dazu. Und ja, was bewirkt das Zero-In oder was erleben die Menschen? Die Liste ist auch hier wieder relativ lang und ganz wichtig auch, dass das Zero-In unsere Zirbeldrüse aktiviert, das Clean Slate and Calcet Zero-In aktiviert sie, sodass wir auch eine höhere Anbindung an unsere ja, oder eine bessere spirituelle Anbindung bekommen. Die Zirbeldrüse steuert unseren Hormonhaushalt und sorgt auch dafür über die Umwandlung von Zero- Entschuldigung. Das Zero-In sorgt dann auch dafür, dass wir durch die Umwandlung von Serotonin und Melatonin nachts besser schlafen und auch unsere körpereigene Entgiftung wieder besser funktionieren. Gut, gehen wir weiter zum Restore. Ja, wir sagen manchmal, wenn man das Restore, diese Emulsion trinkt, ist das so, als ob man die Sonne im Körper anknipst. Man verspürt direkt so eine Art innere Wärme. Das Produkt ist wirklich das Mittel für eine gesunde Darmflora. Wir haben hier nur ein paar der Inhaltsstoffe ausgewählt, 13 sind es insgesamt, aber sie sind hier gelistet und euch wahrscheinlich bekannt für ihre sehr positiven Wirkungen, anti-entzündlich und vor allen Dingen regenerieren sie einerseits die Darmschleimhaut und andererseits räumt das Restore alle schlechten Mikroben aus dem Körper raus. Also wir reden hier wirklich von der Sanierung der Darmflora, hier nochmal bildlich dargestellt. Dadurch wird natürlich der Stoffwechsel Energiehaushalt verbessert und die Entzündungswerte gehen zurück. Ganz wichtig ist mir auch, dass ihr versteht, das wird die Maria Volk noch weiter ausführen, dass nur wenn euer Darm gesund ist, kann euer Gehirn und auch euer Herz langfristig gesund bleiben. Neurologische Erkrankungen hängen mit einem kaputten Darm leider zusammen, also auch wenn ihr nichts spürt, das Glyphosat attackiert leider heutzutage unseren Darm und deshalb ist auch dieses Restore ganz, ganz wichtig. Gut, Steffi, diese drei Produkte, Clean Slate, Zero In und Restore werden bei Root als Trinity bezeichnet. Das Trinity stellt sozusagen ein Basisprotokoll dar, Trinity auf Englisch bedeutet die Dreifaltigkeit, das ist ein sehr starkes Wort, aber wir sehen jetzt nach fast drei Jahren, wo wir mit den Produkten arbeiten, dass es wirklich nicht zu viel versprochen ist, dass diese drei Produkte synergistisch wirken, sie stärken die Darm-Hirn-Achse auf ganz besondere Art und Weise und konnten schon ganz vielen tausend Menschen wirklich zu besserer Gesundheit verhelfen und den Körper wieder in sein Gleichgewicht zurückbringen, die sogenannte Homöostase und dadurch kann die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder ihren Job übernehmen. Es ist uns ganz wichtig, dass ihr versteht, wir können mit den Rootprodukten unseren Körper wieder in eine Lage versetzen, dass er selber viele Baustellen regenerieren kann. Gut, es geht weiter mit einem Produkt Relive Greens auch wieder für die Darmgesundheit und zwar ist das sozusagen fast im Anschluss, das Restore räumt also erstmal alle schlechten Mikroben raus und regeneriert die Darmwand und dann können wir mit den Relive Greens diesem Kraftpaket aus 20 Superfoods Grüne Blattgemüse und verschiedene Obstsorten und Präbiotika können wir die guten Mikroben im Darm fördern und nähren, sodass unsere Darmflora langfristig einfach gesund bleiben kann und dadurch auch unser Immunsystem gestärkt wird, denn Immunsystem sitzt im Darm und ja, auch wenn die Schulmedizin immer noch die Darmgesundheit so als Stiefkind behandelt, das ist eigentlich das, worauf wirklich unser Fokus gehen sollte, unseren Darm langfristig gesund zu halten, oft ist er durch Medikamente auch geschädigt worden und das ist wichtig, dass wir da einfach ihn gut versorgen und das gelingt mit den Relive Greens und dann darf ich jetzt wieder an die Steffi übergeben, die mit den nächsten drei Produkten weitermacht. Ja, vielen, vielen lieben Dank Verena. Genau, ich werde gerade weitergehen. So, ein weiteres Produkt und Verena hat es gerade auch schon so schön erzählt, jedes Produkt an sich ist wunderbar in seiner Einzigartigkeit, aber auch diese Kombination, es sind so viele tolle synergetische Effekte, die hierdurch erzielt werden. Immune Defense Shield, sein weiteres ganz wichtiges Produkt und wer Dr. Christina Rahm kennt, der weiß, das ist eines der wichtigsten Produkte neben dem Clean Slate. Warum? Hier geht es um ein Produkt, wo quasi Synergien geschaffen werden aus unterschiedlichen Vitaminen, Mineralien, Flavonoiden, Enzymen, um einfach die Energie des Körpers wieder herzustellen. Warum? Für welchen Herausforderungen stehen wir oftmals in der heutigen Zeit? Müdigkeit, Schlappheit, Energielosigkeit, was natürlich viel damit zusammenhängt, dass die kognitive Leistung, diese Gedächtnisfähigkeit, Aufmerksamkeitsspanne reduziert ist. Wir kennen oftmals viele Menschen, was auf der anderen Seite beeinträgt, ist die Schlaf beeinträchtigt, ist die Schlafqualität, weil der Körper braucht auch Energie, um in diesem tiefen Schlaf wirklich bleiben zu können. Aber man denkt, wenn ich keine Energie habe, dann schlafe ich gut. Nein, der Körper muss in einer Balance sein, um wirklich diesen qualitativ hochwertigen Schlaf auch erhalten zu können. Mitochondriopathie, gebe ich ganz ehrlich zu, war ein Wort, was mir vor ein paar Monaten noch gar nicht begegnet ist. Auch das ist es, die Mitochondrien, die Kraftzellen unseres Körpers, die in ihrer Effektivität, in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Oftmals durch Entzündungsprozesse, die in unserem, die genau diese Mitochondrien beeinträchtigen. Und natürlich, wir erleben es dadurch, ja, dass auch die Reparatur der DNA quasi unseres Erbguts beeinträchtigt wird, was wiederum zu einer schnelleren Alterung führen kann. Und wer möchte nicht länger jung und dynamisch und gut ausschauend bleiben? Das sind große Herausforderungen, vor denen viele Menschen gerade stehen. Und hier ist das Immune Defense Shield wiederum aus den Synergien der ganzen Inhaltsstoffe ganz, ganz, ganz essentiell. Und ich habe gerade schon die Mitochondrien angesprochen, ja. Das sind die Kraftwerke der Zellen. Und auch dort werden wir sicherlich von Matthias Zebola heute, wenn er über die Regenerationsmedizin spricht, noch vieles, vieles hören. So schnell wollte ich eigentlich da gar nicht durchgehen. Ich bleibe noch gerade an dieser Stelle, weil was macht das Immune Defense Shield auch so besonders? Und ich möchte ein bisschen länger dort bleiben. Es enthält unter einem anderen NAD Plus. Ja, ist auch ein Wort, wo man gern im Nachgang noch ein bisschen tiefer recherchieren kann. Aber was macht es? Es aktiviert genau diese Enzyme in den Mitochondrien, dass der Stoffwechsel dort wieder aktiviert wird. Dass quasi genau das wieder passieren kann, dass die Gedanken wieder mehr in Flow kommen. Aber auch die Organe an sich brauchen Energie, um wirklich arbeiten zu können. Es geht nicht nur die Energie, die wir so spüren, sondern es kann sich auch auf Organ-Ebenen niederschlagen, dass man weniger Kraft hat. Auch ein Herz, der Herzmuskel. Wir haben ganz viel Mitochondrien, es braucht ganz viel Energie und Kraft, dass das wirklich gut und alles optimal funktionieren kann. Und es ist, wie gesagt, dieses Zusammenspiel aus den verschiedenartigen Mineralien, Vitaminen und Inhalten, was dieses Produkt so besonders macht. Ich springe über zum Natural Barrier Support. Ihr merkt schon, es ist, es geht schnell hier durch und es soll auch gar nicht der große Fokus sein, dass man tief ins Detail reingeht. Natural Barrier Support. Eine wunderbare, auch ein Kraft, ein Immun- Power-Paket aus Vitamin D, aus Zink und Vitamin C, stärkt einfach das Immunsystem. Auch hier, es ist ein Pulver und es ist somit auch in der Darreichungsform wunderbar und einfach und ganz individuell dosierbar, ohne irgendwelche Füllstoffe. Und auch hier sehen wir es. Wovon reden Menschen? Wenn wir von Immunsystem sprechen, die Verena hat es auch gerade schon so wunderschön mit angesprochen, die Bedeutung des Immunsystems. Und es ist, wenn der Körper wirklich gut funktioniert, es gibt nichts Besseres als ein gutes, funktionierendes Immunsystem, um einfach in der Balance und in der Kraft zu sein. Und genau, ich möchte es gar nicht groß vorlesen, aber es ist genau das. Es ist das Immunsystem, kann natürlich auch Stimmungsschwankungen ausbalancieren, die geistige Kraft, die dadurch erhöht wird. Und ich gehe leider schon über zum aktuell letzten Produkt, was Root im Bereich Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Give Me Back My Youth, ein wunderbares Pulver, Gemisch aus Kollagen und Kolostrum. Kolostrum, weiß der ein oder andere, das ist quasi so die erste Milch, die eine Mutter auch zur Welt abgibt oder ja, die gebildet wird und ganz, ganz viele essentielle Nährstoffe dem Baby in ganz kleiner, aber konzentrierter Form zur Verfügung stellen kann und somit dann auch den Darm wiederum stärkt und das Immunsystem stärken und wir wissen auch, Kollagen hat viel mit Zellaufbau zu tun, also ganz essentiell. Wir sehen es, ja, stärkt die Darmgesundheit, ich habe es gerade angesprochen, Immunsystem stärkt natürlich auch das Verdauungssystem, gerade wenn wir von Darm sprechen, aber auch, was viele Menschen merken, ja, es stärkt auch wieder die Ausstrahlungskraft der Haut, Anti-Aging-Effekte, optimiert die Leistungseffekte und somit haben wir ein wunderbares Paket, Rundum-Paket mit den Root-Produkten und wie gesagt, wir sind jetzt ganz schnell hier durch, hier durchgerannt und dafür steht Root für mich, es ist so diese Veränderungen im Leben, ja, dieses Optimieren des Nährbodens auf allen Ebenen, auf körperliche Ebenen, aber natürlich auch auf geistig, mentaler und emotionaler Ebene, weil das gehört dazu, ja, ein klarer Geist. Eine gut gelaunte Emotion ist wichtig, um Dinge umsetzen zu können, um so wirklich in diese volle Kraft und dieses große einzigartige Potenzial, dass wir einfach in uns haben, kommen können. Und genau das berichten auch so viele Kunden und das sind die Erfahrungsberichte von, wie gesagt, mittlerweile mehr als tausenden Kunden, ich möchte es auch gar nicht vorlesen, aber es sind in den unterschiedlichen Bereichen. Ganz am Anfang, das habe ich auch erwähnt, es geht nicht um Symptome, sondern es geht darum, den Nährboden wieder herzustellen, dass der Körper in seine eigene Kraft kommt, um dieses wirklich innige Potenzial entfalten zu können. Und dann kann er die gesundheitlichen Herausforderungen, die jeder für seine ganz individuell hat, ganz einzigartig auch bewältigen. Und ich sehe gerade, wir sind super auch in der Zeit, denn wir habe gerade davon, wir haben gerade so das, die Nahrungsergänzungsmittel angesprochen. Es ist eine Sparte, aber Root hat in seiner Vision noch viel, viel mehr in petto. Und davon werden wir sicherlich 2023 in diesem Jahr und gerade auch in den nächsten Wochen und Monaten ganz viel hören, weil es geht um eine viel, viel größere Vision. Es geht um Großartigkeit, ja, des menschlichen Seins, aber da wird noch ganz, ganz viel mehr kommen, denn Dr. Christina Rahm und auch Clayton haben viel, viele Ideen, viele große Visionen und hier nur ein ganz kurzer Ausblick, ja, es wird in die Richtung auch kommen, unsere Umwelt, ja, auch unsere Umwelt braucht Unterstützung. Das wird eine Marke werden, ein Brand. Es wird um Cure the Cause, es wird um eine einzigartige Doktorlinie gehen. Wir haben Under the Red Chandelier und, 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 ich möchte es jetzt gar nicht vorlegen, aber Root wird expandieren und da werden noch ganz viele Geschichten geschrieben werden. In diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal ganz herzlich für diesen Part. Verena, möchtest du noch gerade etwas dazu ergänzen zu all diesen Themen, bevor ich einen Ausblick jetzt gebe auf die kommenden Minuten? Ja, vielleicht noch einfach einen Gedanken, dass wir jetzt wirklich, die wir länger schon mit den Root-Produkten arbeiten, einfach erleben durften, dass wir so viel Lebenszeit geschenkt bekommen, wenn wir die Root-Produkte nutzen, denn auch die Root-Produkte beeinflussen unser biologisches Alter positiv. Sie, ja, verhelfen uns eben zu mehr Tatkraft, Energie und wir haben ganz viele Beispiele von Menschen, die von der Schulmedizin als, ja, im Prinzip, sag ich jetzt mal, fast aufgegeben wurden. Wir erleben Dinge von Auflösung, von Traumata, die keiner für möglich gehalten hätte, denn die Produkte wirken eben auf allen Ebenen des Körpers, wirklich nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der geistisch, seelisch, emotionalen Ebene und alle Produkte wirken synergistisch zusammen und bilden oder schenken uns damit im Prinzip mehr, als wenn wir die Inhaltsstoffe jetzt einzeln zu uns nehmen würden. Jemand hat mal das Bild geprägt. Das ist so wie ein Orchester, was zusammen spielt. Jedes Instrument für sich mag eine schöne Melodie spielen, aber den Effekt, den wir erleben dürfen, wenn wir diese Produkte alle nutzen oder einen Großteil dieser Produkte, der übersteigt einfach nochmal dieses Klangerlebnis und das wäre so das, was ich noch euch gerne mitgeben möchte. Eine ganz wunderbare Analogie und vielen lieben Dank, Verena, auch dir vielen Dank für die Unterstützung hier in diesem ersten Teil der Produktpräsentation. Aber wir haben viel mehr im Petto für euch und zwar wird gleich, wir werden eine kurze Pause machen. Wie gesagt, nehmt euch Zeit, holt euch was zum Trinken, Toilettenpause beziehungsweise geht mit dem Hund rausspazieren, genießt, frische Luft um 14 Uhr und wir werden pünktlich weiterhin starten, kommt der Matthias Zebula. Matthias Zebula wird über die Rolle der Root-Produkte in der Regulationsmedizin sprechen. Viele kennen ihn möglicherweise aus der Praxis-Family. Im Anschluss 15.15 Uhr kommt Dr. Maria Volk und sie spricht über das Darmmikrobiom und die besonderen Nährstoffe der Root-Produkte. Und daran im Anschluss folgt eine Panel-Diskussion und weiterhin auch Fragen und Antworten. Das heißt, wenn Fragen sind, bitte schreibt sie in den Chat. Ich werde diesen Chat im Laufe des Nachmittags betreuen beziehungsweise verfolgen, dass wir die Fragen dann auch mit in diese Runde hinnehmen können. Somit bedanke ich mich jetzt erst einmal für diesen ersten Teil. Wir werden zwölf Minuten Pause machen und uns pünktlich um 14 Uhr wieder treffen und somit sage ich, mache ich wieder frei für die Musik. Ich bin einer Nachmittags betreuen darauf, dass es so ein Zapf betreuen. Vielen Dank.